einen crazy tag wünscht euch herzlich willkommen zum dritten platzierungs match wir sind auf kings row verteidigung immer noch mit lukas hallo und ja mal gucken was spielen wir ok ich glaube wir spielen einen gerade vielleicht wieder ein lucio kommt darauf an was der ja der soll auswählen warte darauf dass du auswählst ja dann nehme ich eine diva schöne diva sein ernst ja wenn du hilfe beim heilen brauchst sagt bescheid dann wechsel ich ja ja mal gucken wie es läuft wobei wir brauchen reinheit und reinheit ist wichtiger wir sind verteidigung ja verteidigung ist reinheit tatsächlich eigentlich besser ich bin zwar nicht so gut mit reinhard ich spiel auch ungern tanks aber egal was das team so will ist ja deswegen das main heiler so geil du kannst hast du mal dein main spielst ja guck mal ich bin so gut mit reinhard ich hab noch nicht mal den spray für den aus gewählt aber musst du mir unbedingt den skin holen der war so schön okay die haben oben ne die war ja fuck scheiße aber den reinhard habt ihr auch reinhard gegen reinhard okay passt die können halt durch jetzt ist das problem ich bin zu offensiv reingegangen war mein fehler finde ich gerade gar nicht ich bin da egal ich konnte ein bisschen aufhalten dass unser team nachrücken kann war gar nicht so schlecht dass ich reingegangen bin tatsächlich nicht wir haben die tatsächlich gerade auf den punkt weg gefaltet ehrlich bin habe ich das nicht erwartet dass wir es noch mal schaffen mein schild ist gleich ich bin da und ja ich konnte nichts machen ich wurde gehackt halt ne ja die andere melzi hat die ult benutzt ich habe ulti bereit ich auch was mache ich denn da das ist so dämlich ich kann einfach kein reinhard spielen ich gehe als tank auf so einen vollpfosten kriegt ihr es ja 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 leck mich ich bin kein reinhard mehr ich kann kein reinhard mehr ich kann kein reinhard ich spiel kein reinhard besonders im rank nicht da reg ich mich nur drüber auf so einfach die jetzt davon weg halten dann kriegen wir das nämlich nicht mehr nicht mehr nicht mehr leichter gesagt abgetan was shit ja bin da und das war dämlich ich spiel mal einen healer ja ja brauchen wir wir brauchen unbedingt noch einen zweiten healer er fehlt einfach gerade wir brauchen unbedingt noch einen zweiten healer er fehlt einfach gerade was für nur ein tank aber ja ja Sombra ist hier ja bin gehackt ja bin gehackt egal sie ist tot auch ich ja 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 wir brauchen wir uns hin zusammen ja Sombra ist links da Ja, die war Fokus nicht, das ist nicht gut. Ja, bin down, konnte nicht entkommen. Und gegen Mercyholti. Ich bin grad mega schlecht, was ist los? Das kenne ich. Nicht gut. Ja genau, so ne Fickfotze. Einfach mal Ulti raushauen dann, war gefailt, haben wir keinen Vorteil durchbekommen. Hm, ich glaub ein paar Leute hier sind ge... ...einen Zugriff oder ich nicht verhackt. Die werden sich regroupen, also aufpassen. Ja. Der Rendiver ist weg. Nein. Ja, wenn wir das noch schaffen, auch sollten, haben wir eine Chance. Reinhardt ist weg. Klar, haben wir noch ne Chance. Ach, so weit vorne ist ein Fehler. Ja, ich geh auch wieder zurück. Vorsicht, Heinoan. Heinoan. Ey. Lächerlich. Das war's. Ich hab grad mein Ulti ziehen wollen. Ja, das war's. Ja, danach. Jetzt wird's massiv. Schon wieder nicht ziehen können, Alter. Ach, scheiße. Komm, jetzt ne schöne Angriffsrunde. Null. Zu drei. Seitenwechsel. Wählen Sie Ihren Helden. Mir ist egal, ich spiel jetzt einen Soldier. Etwas, was ich halbwegs gut kann, möchte ich jetzt spielen. Damit wir noch was reißen können. Solcher ist auch guter Angriff. Ja, aber hey. Kein Tank, ja. Love you, Team. Love you so much. Vor allem der Junkrate hat eben schon nichts gebracht und spielt wieder in Junkrate. Ja. Ich fokuse mich ja auch nur auf einen Helden, ey. Meine Fresse, dann spiel ich halt Reinhardt und hol den anderen gegnerischen Reinhardt. Raus. Wir haben jetzt aber... Nein. Nein, dang. Das Salz fließt eigentlich nur im Stream bei mir und nicht auf YouTube. Aber hey, jetzt bekommt ihr das mal alles schön mit. Pfff. Sowas kann mich nur noch abfucken. Es gibt halt hier mal Idioten und im Internet am meisten. Ja. Wobei man unter Gamern sich respektieren sollte, weil wir alle gleich eigentlich sind. Aber nein. Es gibt immer noch die Deutschen. Boah. 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 Du kennst doch bestimmt das Bild, wo dann S und ein S und dann kaliert drunter steht, ne? SS kaliert. Und ich hatte bei der Deutschlehrerin und Englischlehrerin, die ich habe, die müsstest du auch kennen, die hieß früher anders, hat geheiratet und hat jetzt einen anderen Namen. Und ich so ganz laut im Unterricht, SS und musste dadurch lachen und dann kaliert ganz leise. Und hatte die linke Hand oben und auf einen gezeigt. Boah. 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 Ich bin down. Ich bin down. Easy. Learn to play. Tries of Reinhardt. Boah. Ich weiß, wen ich spiele. Harambe. Wuhuuu. Echt. Okay, ich bin down. Ich war alleine gegen zwei Tanks. Ja. GG. Wir sollten uns remotely ein bisschen riechen. Ja, aber ich seien keinen zu wollen. geht auf den reinhard ich hab den reinhard ich krieg deren liebe ich hab ok auf den punkt schnell und da war ein geschütz nice die war mei und hier noch und feierer old oh fuck 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 mal kurz ne deckung und wieder rein aah scheiße die mei äh die divab mich ohne silken wo es ist ich brauch unbedingt teilung ich komm wieder vom punkt aus nice ich brauch heilung schnell jeder hier braucht geiler da oben ist noch das kacke schützt ist weg nice so und jetzt durch pushen ja man kann ja das ding wenn es auf geht noch drauf machen ja nett aber gegner lieber die macht ruf danke scheiße gegner leiner geht auf mich aah scheiße der ganze durchgerutscht über andere geht ich bin unterwegs ja ja mach dir nix raus hab grad ein bisschen hier aufgeräumt die winston ulti regt mich auch jedes mal auf wenn der gegner die hat ne ja ja ich kann die nur nicht gut benutzen ich bin nicht so gut damit soo wir sind durch gut durch gekommen bis jetzt ja aber jetzt beginnt der schwere teil kriegen wir hin die haben nun fuck ich schlafe nicht gut hui ich bin wieder auf dem punkt ich brauch hilfe heilung danke danke von hinten ist ein gegner klein kurz oder passt unser keine ahnung da ist ein rein dort da tut hin du kannst doch dein schild schließen bin dabei ich will aber gerade lieber die mercy haben oh nett aah scheiße fuck der rein hat mich den tag verstanden ich bin da hab gerade bin tot 19er killstreak scheiße ha 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 oh nein hoch damit und raus mit ihm und seitdem ich Münzen hatte bin ich glaube ich keinmal gestorben bis jetzt nein lol 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 hol� grad chan chan ridicule ranc pub Fuck, 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 fuck! Ich bin down. Wir müssen uns regroupen. Ja. All right, das ist aber scheißegal, der geht einfach rein. Geh nicht hinterher. Noch 60 Sekunden. So, rein. Fuck, ich wurde gepackt. Nein, Anna hat euch alle gebraucht. Die warfisch. Rein hat, hat mich gefocust. Scheiße, scheiße. Ah, der hat mich den Weg versperrt. Was für Spaß geht. Ich glaube an euch. Fuck, ich bin down. Kommt schon. Kommt schon. Das ist doch jetzt kein Lose, guys. Drunkert, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran. Wir brauchen dringend Hilfe, da fällt mir nicht lang hier durch. Ich... Fuck, 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 fuck. Ich muss mich um diese Scheiß Mercy kümmern. Das ist doch bloß. Oh, rein, hat das durchgebracht. Nein! Fick dich! Nein, Mann! Nein! Ich hatte Ulti! Gerade Ulti bekommen! Ich liebe es ja, wenn die so sagen, Noob-Team. Warte, wer hat das geschrieben? Ace, mhm. Unsere Pharah. Ja, die war auch echt gut, mhm. Ich war der einzige, Tanks, kein Wunder, dass wir verkacken. Sorry, aber... Hey. Wird noch keinen anderen Heiler. Ja, warum auch? Weil die Gegner hatten 2-Z2. Ne, die hatten sogar 3 Heiler. Alles klar. Du hast aber wieder gut geheilt. Danke. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag und einen guten Morgen noch. Und bleibt crazy. Tschüss sehen! TikiT TSiT